Hallo liebe Selfies! Für alle unter uns, die immer wieder mal längere Zeit mit Computer, Laptop und Maus arbeiten müssen, ihr kennt das wahrscheinlich, es fängt das Handgelenk zum Wehtun an. Dagegen habe ich eine ganz tolle Do-it-yourself-Hilfe. Ihr braucht dazu nur ein Stoffsackerl, ein paar Linsen und einen Tiefkühler. Geht ganz einfach die Linsen ins Stoffsackerl hinein, Stoffsackerl zubinden und in den Tiefkühler legen, damit die schön kalt werden. Mein Zweitsackerl habe ich schon drinnen, das hole ich jetzt raus und zeige euch, wie angenehm das Arbeiten damit ist. So, mein Säckchen mit den wirklich tiefgekühlten Linsen passt sich großartig der Handform an. Wenn ich das hinter die Maus lege, stützt das mein Handgelenk, es ist angenehm kühl und so macht das Arbeiten gleich mehr Freude. Viel Spaß beim Nachmachen! Bis zum nächsten Mal!